Ich habe mich gebeten, dass ich zur Digitalisierung der Hochschullehrer Stellung nehme und ich habe mir gedacht, nein, ich möchte eigentlich kein Statement machen, sondern vielleicht meine eigene Geschichte erzählen. Ich selbst bin 2000 als Universitätsassistent an diese Hochschule gekommen am Institut für Betonbau und wir haben damals 2000 tatsächlich damit begonnen, unsere Skripten zu digitalisieren. Zu digitalisieren, das hat geheißen, wir haben Word-Skripten geschrieben. Word, alle Formeln, wie Sie sich das richtig vorstellen können, mit dem Word-Editor gemacht. Wir haben auch gezeichnet in Word, weil die CAD-Programme damals nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben, dass das auch entsprechend aussieht. Und dann haben wir diese Skripten ausgedruckt auf Oberhead-Folien, sind da Mitte den Hörsaal gegangen, haben die dort aufgelegt und haben verzweifelt versucht, auf diesen Oberhead-Folien das zu erklären, dazu zu malen und so weiter und so fort. Dazwischen haben man die Tafel verwendet natürlich. Und nachdem also auch in diesem Fach sehr viel dynamisches, Bewegung drinnen war, haben wir gesagt, ja, das ist jetzt schön, dass wir das alles so schön digitalisiert haben. Wir würden das aber gern vielleicht weitermachen, visualisieren und haben damals die Flash-Technologie verwendet, haben Unmengen an Animationen, Visualisierungen gebaut und haben das so den Studierenden im Prinzip weiter erklärt. Haben aber gemerkt, dass wir jetzt ein Problem kriegen, weil natürlich einerseits der Beamer und die Tafel gar nicht parallel bedient haben werden können. Das heißt also, so wirklich zum Vorzeigen haben sich die Visualisierungen nur bedingt geeignet. Und deswegen haben wir dann begonnen, dazu zu zeichnen, also interaktiv in das Skriptum hinein zu zeichnen, damals noch mit Smartboards, was also heute also ohne Probleme auch mit Tablets geht. Und dann sind die Studierenden zu uns gekommen und haben gesagt, ja, das ist jetzt ganz toll, ihr macht diese Prozesse, zeigt uns, als kann man das nicht aufzeichnen. Ja, und wir haben begonnen, diese Dinge auch aufzuzeichnen, damit der Prozess nachvollziehbar wird, damit man das den Studierenden wieder zur Verfügung stellen kann. Man kann das heute so sehen als den Vorläufer der Videoplattform und den Unmengen an Aufzeichnungen, die wir heute machen. Dann hat man das im Griff gehabt, dann ist laut geworden von den Studierenden, ja, diese Technologien, das ist alles toll und so weiter, aber eigentlich muss ich mich jetzt bei jeder Homepage einloggen, brauche ein anderes Passwort, ich habe keine Ahnung, wo der Lehrende Y seine Materialien hinlegt. Und dann hat man eigentlich begonnen, ein zentrales System zu bauen. Sie kennen das heute unter dem Namen Teach Center, wir haben über 2000 Lehrveranstaltungen da drinnen, zentral verwaltet, sodass die Studierenden einen möglichst einfachen Zugang zu ihren Unterlagen haben. Dann natürlich, jetzt beginnt man sowas zu digitalisieren, dann fragt natürlich der Nächste, kann man das nicht irgendwie weitergeben, weil das File ist digital, wir können das ja per E-Mail verschicken, wir können das öffentlich anderen Universitäten anbieten, kann ich nicht irgendwas tauschen und so weiter. Und dann hat sich das Feld des gesamten Urheberrechts aufgetan. Urheberrecht und also heute gelte ich als großer Vertreter von OER, also freien Bildungsressourcen, wir haben uns sehr stark diesem Thema gewidmet. Wie kann ich jetzt Unterlagen so machen, dass auch andere das nutzen können? Wie kann ich es zur Verfügung stellen? Wie kann ich das lizenzieren? Und das war vielleicht, wenn man auch so will, der Beginn eigentlich der MOOC-Plattform, heute unter iMOOCs bekannt, die wir anbieten. Und dann natürlich hat man das Problem, jetzt hat man die Unterlagen dort, man hat MOOCs, Onlinekurse und so weiter. Und dann natürlich, jetzt kommen andere Studierende von anderen Universitäten, also man braucht da gar nicht zu weit schauen, man kann ja auf die Karl-Franzens-Universität gehen, im Navi-Bereich und die haben das Problem, dass sie jetzt bei uns wieder nicht zugreifen können, weil sie keinen Account haben. Und es freut uns besonders, dass wir seit 1. September auch in iMOOCs die sogenannte EduID eingebaut haben, wonach Studierende von anderen Institutionen bei uns mit ihren Accounts ihrer Heim-Universität zugreifen können. Und so geht das Ganze immer weiter. Also ich sehe das Ganze als Prozess, als Entwicklung. Wir sehen, die Technologien reifen immer mehr. Man kann heute viel mehr machen, als wir vor 10, 15 Jahren machen können. Und wir bekommen als Lehrende immer mehr Vielfalt, mehr technische Möglichkeiten. Und genau für das wollen wir eigentlich hier stehen. Wir wollen Lehre, eine Qualität bringen, wo man sagen kann, wow, ist doch toll, wie ihr uns unterstützt, damit wir im Lernen und Lernen uns einfach leichter tun. Ja, und manchmal fragt man mich, wo wird das hinführen? Wo geht das hin? Und dann halte ich es manchmal gerne mit diesem Spruch. Und ja, also wir versuchen hier alles zu digitalisieren, außer eben unseren Kaffee. Ich möchte aber gern drei Punkte anschließen. Und die drei Punkte heißen, ja, wenn es Mehrwerte für Lehrende, für Lernende, für die Bildung an sich gibt.